Als Kind war mein großes Vorbild im Fernsehen Loriot. Diese Werbung hat mich beeindruckt. Die Werbung, die mich beeindruckt hat, war, ehrlich gesagt, Miraculi, glaube ich. Bitte nicht vor den Kindern. Diesen TV-Moment werde ich nie vergessen. Ein Fernsehmoment, den ich nie vergessen werde, ist, glaube ich, Thomas Gottschalk mit Marcel Reich-Ranitzki. Ich nehme diesen Preis nicht an. Heute gucke ich am liebsten. Heute gucke ich am liebsten. Kebekus, Kräumann, Inas Nacht, Schöneberger, Klaas und Joko und Klaas, muss man fast sagen. Aber ich liebe Klaas. Das ist noch schöner als ein gemütlicher Fernsehabend. Noch schöner als ein gemütlicher Fernsehabend ist ein sehr ungemütlicher Karaoke-Abend. Ein Film über mein Leben hätte den Titel Manche mögen es heiß. Und die Hauptrolle spielen sollte Also, wenn ich ganz groß nach den Sternen greife, sollte die Hauptrolle des Films natürlich Jennifer Lawrence spielen. Turi 2 Edition – Inspiration für Macher Im Winzell Will Seibel wird fegir aus,馬ica senhor